Wie auch immer, wenn ihr die Folge auch so total scheiße fandet wie ich, dann schreibt mir Hashtag ihr seid kacke in die Kommentare. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Let's Play Minecraft Captive mit Jim Gaming. Hiho Minecraft Freunde. So und der German braucht neue Hosen. Wer hat Germans Hose gesehen? Ich laufe immer nackt durch die Stadt, das müsst ihr wissen. Also wenn ihr mal einen nackten Typen in der Straße seht, könnt ihr mich am Autogramm fragen, das bin ich. So wir brauchen noch einen einzigen Erfolg, um zwei weitere Erfolge machen zu können. Aber. Aber gemacht. Es war wieder dieser Dreckspenner-Arsch-Kacken-Pisse-Scheißen-Witter-Mensch. Wir brauchen auf jeden Fall 50 Leitern, um nach unten zu bauen. War genau hier 50 Blöcke nach unten. Ey, warte mal. Lass mich mal da hoch. Ich muss eben meine Rüstung holen. Geht doch. Baust du dich gerade mit der Diamantenspitzhacke nach unten? Nein. Haben wir irgendwo Holz? Ja, da ist noch Holz. Hör auf, so'n Scheiß zu machen immer, ey. Na komm, die hält doch eh wie schon drei Tage. Ja, aber nicht, wenn du die falschen Sachen abbaust, damit. Das kann schon mal wie Leitern gegen das, gegen so, ne? Zack, zack, zack. Let's get ready to rumble. Ey, wenn ich... Ohne Scheiß, wenn ich noch einmal auf diese Drecksinsel da hochkomme, ne? Ich baue diesen Scheiß-Spawner so schnell ab, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Naja. Ich hoffe, dass ich nicht in Lava falle, das wäre fatal. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Einer muss sich opfern, muss da hoch den, äh, triggern. Hä, ich hab ihn ja auch gerade eben so easy besiegt. Ja, aber ich krieg's jetzt irgendwie nicht mit Backen. Und mir fehlt... Mir fehlen meine Schuhe. Und meine Waffe. Und alles. Oh, ich hab' Eisen gefunden. Mal runterbauen. Oh, ganz viel Eisen. Äh, das kann da oben auch sein. Hoffen wir mal, dass hier oben noch der Rest liegt. Let's get ready to rumble. hier liegt gar nix sauber da ist meine Spitzhacker krass wie weit fliegt der scheiß denn hier ja vielleicht habe ich meine Hose ja nicht gefunden deswegen weil sie so weit weg geflogen ist eine Hexe und ganz viele Mops gleich haben wir die 50 Blöcke da sind meine Schuhe oh Kohle auch gut so jetzt bräuchte ich noch mein Schwert das wäre ganz nice und ganz viel Kohle oh noch mehr Eisen alter hier ist richtig viel hier ist richtig viel Stuff alter wie viel Eisen Kohle ist hier alles ein Alter wie viel wie viel hier übersehen haben hätten uns einfach mal so irgendwo anders runtergegangen ich sag ja wir haben bestimmt da unten massig an Zeug vergessen ey wo ist denn mein Schwert verdammt und das eine Höhle das ist hier wo die Fackeln sind ok wir haben gleich noch einen schöneren Weg nach unten ey es kann noch nicht sein wo ist denn mein Schwert jetzt schon wieder hin ich glaub das nicht ich glaub es alles nicht alle die Schaden ich weiß nicht woher ich hab Angst ich weiß gar nicht warum hier so viele Smaragde sind was sollen wir mit den Smaragden machen ja nur die Zombie Villager ja aber was soll der uns denn geben fürs Smaragde ich lass den Baum an den Zaun und setz den Villager rein ja kann ich gleich machen der kann vielleicht Zucker vielleicht hat der Zucker ja vielleicht ich muss noch mal eben kurz nach meinem Schwert gucken alter ich kurz gleich okay ich hab gleich die 50 Blöcke nach unten da ist mein Schwert Gold muss ich nicht aufbauen ne ach so oh oh was hast du ich bin fast tot komm bitte zu mir so schnell kann ich jetzt nicht oder schmeiß die Treppe einfach Essen runter äh das funktioniert nicht Essen wäre useful was passiert denn hier warum alter warum sind ja so viele Mobs auf einmal äh alter da unten wo wir Ausglösch haben da sind tierisch viele Mobs und ein Creeper ich hab doch gerade Fleisch ich hab nix zu essen ja ein Problemchen könntest du dann trotzdem runter kommen natürlich äh warte 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 du kannst nicht zählen geht weg pass auf pass auf nicht da ganz runter gehen siehst das Loch da unten nicht da oben hier 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 drauf ja und die sind ganz viel mobs da da ist ein Creeper direkt der hochkommt aber okay der hat das Problem gelöst kannst du runter gehen um den Schacht zu bauen ich hab nämlich nur ein halbes Herz und kein Leben kannst du mir Leitern da hinsetzen was soll ich denn hier zubauen Alter was soll ich denn hier zubauen Alter ja das ist nicht den Gang hier das muss nur der Schacht sein nur der Schacht wo die Leiter runter geht der Schacht zubauen bitte wo ist denn die Leiter da drüben okay warte ich kann hier grad nicht zubauen so bitteschön ja nach unten musst du bauen ne ich hab aber nur noch ne Dings das geht nicht weil jetzt gleich wenn ich hier nach unten bau ist da unten dicht dann fallen wir da runter wir müssen noch sieben weiter nach unten ja dann bauen wir jetzt nach unten noch next und so ähm weg 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 wir müssen noch vier da unten nicht hoch bauen nicht da hoch bauen warum ich nutze Leiter jetzt das Slime hier ist Eisen geil so eine Leiter noch dran haben wir die 50 Blöcke da jetzt müssen wir hier unten zum hier hinlocken ähm ja und hier ist direkt Anschluss zur Höhle wenn da ein Skelett ist das wäre mega ich muss jetzt aber leben offen sonst kann ich das nicht schaffen so ähm Zaun sagste ne Zaun, 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 Zaun Stein, Stein, Stein äh äh nicht Stein, Stein, Stein obwohl doch klar geht ja auch mit Stein ne ist ja viel einfacher was also mit Stein wir haben viel mehr Steine als Dings was willst du machen einen kleinen Zaun für den Dings ach was du willst aber ich brauche essen ja ich mach ja auch was ich will ja aber ich brauche essen ganz klingt ja aber ich hab nix ja danke Freund dann kenne ich die Möhren hier ist mir egal wir vermehr aber erst die Schweine ne 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 doch ich hab nur nur ein halbes Herd ich esse ich hab Möhren Möhren angepflanzt dafür so wo ist der Villager da ist kein Spawnvillager wo ist der Spawnvillager wo ist der Spawnvillager äh weiß ich doch nicht äh äh ha hier ja ich schaffe Villager ja hallo Villager der will gar nicht mehr reden doch der will verrottetes Fleisch und gibt uns da fürs Maragd oder Gold und gibt uns da fürs Maragd er macht wie umso mehr man tauscht umso äh 37 verrottetes Fleisch die haben wir nicht das ist mal nicht vergessen ne hm was will der sonst da haben Gold oder was ja dann gegen Gold ich bin hier kein Gold das ist zu wenig was wir haben der kleine Kiste da ist Gold drin wir können Gold schmelzen ach da ich hab auch noch Goldärzt hier drin hier ist übrigens ein Steak im Ofen ne ja das ist auch gut dann hab ich noch ein bisschen übrig hey ich brauche aber auch was gleich irgendwann bestimmt aber so fech gehabt du kannst mich am Arsch wo sind die Schuhe wo ist die andere Kuh das andere Schwein komm mit Schwein er ist ja kein Schwein wo ist das andere Schwein das andere Schwein ist weg wo sind die Kühe wo sind die Kühe wo sind die Kühe wo sind die Kühe hier ist ein Schwein und da drüben ist ein Schwein oh ich sehe nur das eine Schwein wo ich hab hier ein Schwein ah da komm mit wo ist die zweite Kuh hey das hängt fest komm wir haben keinen zweiten Kuh mehr doch hier ist die Kuh hier hinten ja eine die andere Kuh ist doch oder hast du die getötet die auf dem Dings war ich hab gar keine ja die auf dem Dings hab ich getötet aber wir hatten noch drei hey ich hatte doch einen getötet woher kommt wohl das Deke ach du Idiot ja ja egal wir brauchen sowieso keine Kühe so dringend ja doch die können wir viel schneller vermehren als die blöden äh Schafe aber wir haben können auch ganz viel Eisenerz machen abständlich die Kiste ich geh jetzt mal um Sklatt kümmern und was will das was klauscht hat nein bis jetzt hat er mir muss man ins Marek gegeben ja ich muss mehr tauschen er schaltet immer neue Sachen frei ne ich weiß aber das dauert halt oder wir haben halt mich als Villager wichtig wahrscheinlich das wäre richtig mies wahrscheinlich ist er extra macht er extra nicht irgendwie die geilen Sachen hier der Penner weil es ein Penner ist ein Penner Penner warum kann ich hier keines Marekter geben davon haben wir viel mehr ich muss jetzt hier einen Schacht bauen und das Sklatt vielleicht durchkommt oh hier ist noch mehr Eisen baue ich ab also hier ist richtig viel Eisen geil take it easy also ich wähle die Folge nicht bevor wir äh den Erfolg mit dem Sklatt haben so jetzt gibt er uns für Smaragde Lapslatsuli oder Redstone geil das ist super nett von dir ich schmeiß unsere Smaragde mal weg ne ich geb dem die mal ich muss hier nur ein Sklatt spawnen irgendwo ein Sklatt Sklatt update Sklatt update das ist eine Spinne nein wenn wir brauchen das sind Zombies Zombies brauchen wir auch nicht ein Zombie mit dem ein Zombie mit dem Sklatt kommt das ist auch nicht der macht nicht weiter ich hab dem jetzt schon 6x Smaragde gegeben und der macht nicht weiter dann tausch mal dann mach mal was anderes Alter Hilfe trotzdem nicht Alter wie viel Zombies denn denn nein doch wir gehen jetzt gleich ah für 7 Smaragde gibt der uns ne Inner Perle auch gut haben wir Smaragde noch? äh oben auf der ersten Insel ja gut halt wir haben wir ah ne wir brauchen einen Amboss äh Smaragde ist aber macht der erst einen Amboss Smaragde ist aber Diamant ne? ja können wir doch verzaubern hä verzaubern? nein ich mein Smaragde ist Diamant ne? achso ja 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 wir haben doch mal ein Glück Buch komm verzaubern wo hast du denn Eisenerze? äh hab ich ne Kiste gepackt shit die Sachen reichen ja nicht die Sachen sind weg da sind Erze äh rohes Erz drin ja fuck man ich bin ich gestorben ja ja egal 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 gerade hier so mehr Eisen hier unten aber ich hab sogar noch Eiseninventar ganz viel also ich hatte Eiseninventar ich weiß ich wo ich gestorben bin bin gefickt hier bin ich gestorben ähm 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 mein Helm ist weg ah toll ey ich hab Pfeile vergessen oben hallo ah ne Pfeile hab ich sogar Rottenfleisch hab ich drei Stück 5 Rottenfleisch hab ich 5 Rottenfleisch hab ich 5 Rottenfleisch hab ich äh äh ja 3 Blöcke sind 27 Eisen ich habe 15 ich habe 10 fuck ich brauch aber noch Rüstung ich hab meinen Helm verloren bzw. er ist bestimmt kaputt gegangen oder so ich hab keine Ahnung wie weit sind wir denn unten eigentlich mit dem ähm hallo warum steht hier ein Zombie mit einem halben Kopf wo das Gehirn raus guckt lecker ja es ist wir brauchen glaube ich noch ein Erfolg dann können wir das Portal öffnen ich glaube 18 Eisen wie die uns hier überrennen wollten die Schweine haben wir schon wieder ein Schlecht ausgeleuchtet oder was ist hier los ich hab keine Ahnung aber ähm was braucht der wir hatten uns hier noch irgendwas tauschen mit dem Villager ne es geht ja darum es geht ja darum dass der jetzt uns äh die letzte Enderperle gibt ja aber guck mal wenn du weiter tauscht die Enderperle bleibt immer im Sortiment vielleicht gibt es noch irgendwas besseres wir brauchen wenn Zucker kommt oder ein Buch Buch wäre ein Traum ich glaube ich muss hier in der Ebene ein paar Fackeln weg machen mal gemacht du hast explodiert ich weiß nicht mehr wo es hoch ging wo die Treppe ist wo der Leiter ist da hier ist die Leiter ja hier ist voll hell ich muss hier Fackeln weg ich reiß hier Fackeln weg ja warum hier muss das Geld spawnen hier muss das Geld spawnen ach so ja mach dann boah eine Witch kein Bock auf Witches kein Bock auf Bitches kein Bock auf Bitches Witches sind Bitches weil wenn ihr keine 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 Sklette spawnen kann man die Erfolg nicht machen auch Witches sind Bitches sie wird bald die Hölle los sein ne ich reiß hier gerade alle Fackeln ab in der Zwischenebene komm wieder hoch sooo ok ich habe hier 15 Eisenbarren sie liegen hier genau 18 Eisenbarren hoch hier muss es muss uns jetzt wollen wir müssen uns geht treffen dann haben wir Erfolg und dann kommt man Zuckerrohr und können alles machen dann kann der Zuckerrohr den Schmalkland bevor wir die nächste Folge anfangen dann ist auch gewachsen aber während diese Pflanze diese Pflanze ist jetzt gleich vorbei die Folge ist vorbei wenn wir den Sklette getroffen haben nein bestimmt nicht weil es kann mich auf die Ewigkeiten dauern nein weiß warum weil er jetzt ganz misspawnt das dritte den ich geh nur ein Klick rein jagen oh fuck hier ist ein Skelett komm rein hey Skelett komm rein na komm rein oh oh das Skelett steht unten nein das Skelett geht wieder weg weil es jetzt mit dem Zombie kämpft scheiße da war gerade ein Skelett das Skelett muss da bleiben jetzt du runterbaust da hinter dem Skelett zu und ich gehe hoch ich gehe nichts mehr warte ich soll da runter und hinter dem Skelett zu bauen ja damit das Skelett nicht mal raus kann ich sehe überhaupt gar nicht was du willst hier ist ein Skelett du sollst an das Skelett kommt hier hinsetzen damit er nicht mal rauslaufen kann wenn er hier drin ist den Block hier zu machen wo ich jetzt drauf stehe wenn das Skelett hier drin ist ja okay dann hol es hol es dir jetzt kommt jetzt geht mach zu mach zu mach zu okay mach mal ein Block dann muss ein Block weiter rein ja ich kann aber jetzt nicht du musst es dann nochmal triggern jetzt hat es mich du hast die Liege nicht ganz aufgebaut oder was oder es muss mehr warum geht es nicht es will nicht zu dir kommen jetzt hat es wieder mich anvisiert aber mich angeschossen ja weil es geht jetzt nicht mehr rum es geht nicht mehr ganz gut warte 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 nein jetzt sieht es mich wieder jetzt triggert es mich wieder ich geh hoch ja aber es geht trotzdem nicht weiter eine zweite Idee ne oh nein Silberfische okay jetzt abgehauen okay es triggert wieder mich oh nein Silberfische okay ist tot oh fuck ein zweites Skelett ich schieße ihn beide auf mich ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn er ist im Dings ja ja okay perfekt da sind sie gut da sind sie gut da müssen sie bleiben genau so da sind zwei Stück perfekt das schaffen wir wir müssen genau da bleiben wir müssen genau da bleiben wir haben Klingerfolg jetzt ja Klingerfolg jetzt du hast ihn bestimmt nicht getriggert doch doch Alter zombieapokalypse ich bin gleich tot brauche ich zu fuck 50 Leitern gemacht das waren noch 50 Meter oder du bist ziemlich leise irgendwie ich weiß nicht was du da gemacht hast ja warte ich hatte ein Mikrofon nicht richtig so es waren noch 50 Meter ne ein Erfolg ich muss mal eben da runter nein kannst du jetzt nicht Alter meine Sachen sind da alle unten das ist schon wieder tot ich hab beide zombies ja jetzt kannst du runter gehen na jetzt geh ich schon hin zu Fuß scheiße die waren auf das war noch 50 Meter oder ja weiß ich nicht hast du scheiße gebaut mehr als 50 Meter Entfernung ach komm das schaffe ich doch hier nicht das ist doch ficken scheiße ja geil ach noch mehr als 50 Meter ist gleich alles weg jo ach scheiße ist noch drauf keine Ahnung müssen wir in der nächsten Folge halt neue Eisen Sachen farmen oder so ja ich komm jetzt doch nicht mehr runter da ist alles voller Monster ja ja weil die Fackeln ja weg sind naja stimmt scheiße komplette Rüstung alles weg das waren noch mehr als 50 Meter ich hab doch 50 Leitern gebraucht ja der das Zombie Viech hat mein Schwert ich kann leider nichts machen ich bin vom Verhungern scheiße wir hätten es fast geschafft es waren zwei Zombies meine komplette Ausrüstung ist weg ne hast du schon mitgekriegt oder ja gut ein Fall aus mehr als 50 Meter ja scheiße die ist übrigens wieder ins Skelektrum ne aber kein Scherz perfekt 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 aber der hat dich nicht getriggert du musst den erst triggern nein du musst nicht triggern doch alter er muss mit dir in einem Scharfschützen-Duell sein ein Scharfschützen-Duell heißt du musst den triggern nicht da jetzt runter gehen geh weg ja kann ich nicht meine Rüstung nochmal schießt du jetzt grad mit Pfeilen auf mich willst du mich verarschen ja außer sehen ich kann auch nicht an dir vorbeischießen warte es funktioniert so nicht doch das hab ich am Xbox auch so gemacht ach ja okay dann töten wir halt noch 780 äh von den Mobs das ist auch du ja weil du nicht mit dem in einem Scharfschützen-Duell bist ich hab den auch so angelockt wie Leiter hoch und hab den dann für oben getötet ja du hast den angelockt dann ist der mit dir getriggert der ist aber jetzt nicht mit dir getriggert weil du da oben bist und der da unten ja aber vorhin war ich doch da unten alter was ist denn hier los kannst du mal eben bitte runter kommen die ganzen Zombies hier drücken ich hab nur ein halbes Herz ich hab nix zu essen oder Essen, Essen, hier ist nix zu essen wir haben echtes Problem, wir sind schon bei 25 Minuten, toll ja für nix und wieder nix Mist da kommen auch nur Samen raus, scheiße es kotzt mich ganz gewaltig an hier, schauen wir doch gerade ich kann auch ich hab nur ein halbes Herz, ich werd sterben ja du musst dir einfach solche Erfolge auch vorher mal durchlesen weißt du, du versuchst da drei Skelette zu töten und dabei ist vollkommen klar, dass das nicht funktionieren kann der Erfolg ich war doch, der hat mich doch bei ihm angetriggert wo ich oben war ach, ey drauf geschissen, keine Ahnung ist mir jetzt auch wurscht ich glaube ich sterbe jetzt nein, die Sachen sind runtergefallen so, ich mach Ende der Folge warte, warte, warte es sind 26 Minuten, ich hab keine Rüstung mehr wir haben keinen Erfolg geschafft die verfickteste Scheiß-Folge, die wir jemals gemacht haben ja und wir kommen da nicht mal runter ernsthaft, wir können eigentlich komplett abbrechen weil so viel Eisen, wie wir jetzt wieder brauchen, finden wir niemals ja doch, Alter, guck mal wie viel Eisen ich grad eben mit dem Eingang gefunden habe da hab ich schon allein über 20 gefunden wie auch immer, wenn ihr die Folge auch so total scheiße fandet wie ich, dann lasst ein Like da schreibt mir Hashtag ihr seid kacke in die Kommentare ja und dem dämlichen German Gaming auch ich kann doch nicht so, dass du gestorben bist, du hättest dich einbauen sollen so, ich bin raus bis dann ciao